So, da sind wir wieder bei Fortnite. Es hat ein neues Event hier angefangen. Ja, und das wollen wir auch gleich mal machen, hier ist schon die erste Spielartprobe. Davon müssen wir elf Stück sammeln. Sehr schön. Und da hinten ist auch schon der dritte. Zack. Die sind jedoch ganz oben im Regal. Und alleine darf ich da nicht ran. Äh, okay. Ein wahres Mysterium. Ein Reisender aus den dunkelsten Tiefen des Eils. Blau Kumpel, was machst du da gerade? Etwas Smalltalk. Nach oben! Dieses Lager ist nicht aktiv. Sie sagten, es wäre nur ein Komet. Sie sagten, es gäbe keinen Grund zur Sorge. Und... Nichts. Ich dachte, du würdest wissen wollen, was... Sie sagten. Toll. Komischer Robert. Na bitte! Runde drei! Camp! Nun bleibt noch einer. Du bist der Lehn, ich sage. Das nächste sieht hart aus. Du schaffst das. Oh mein Gott, in die Richtung. In Zusammenarbeit mit Sonnensystem Entertainment. Kommt Komei. Habt ihr eine Ahnung, wann Ray zurück ist? Nein. Weg! Ah, hab einen! Hey, warum höre ich Ray, obwohl sie nicht hier ist? Sie macht Aufnahmen. Das hätte ich nicht sagen sollen. Bitte nicht verraten. Ich will keinen Ärger bekommen. Äh... Unsere Fechtung wird angegriffen. Ich hab Ray auch gehabt. Dieses hier. Scheiße ist aus. Nach weiter so. Okay. Habt ihr auch gerade meine Merck flimmern sehen. Du hast nur 15 Minuten um die Mission abzuschließen. Hilfe! Hilfe! Hier in Folge! Unglaublich! Sieh dich vor, Kommandant! Da kommt noch mehr! Mach das Lager Platz! Na bitte! Weg! Ha! Ha ha! Suche den Standort des Medkits auf deiner Karte. Doppelsprung! Weg! Niem. Hier auch nicht mehr. Dann gibts wahrscheinlich nur noch den hier. Oh, das ist aber nett. Denn er ist hier bei dir. Das ist mein Splitter und der wird mir gehören. Naja, ich glaub das war's auf dieser Map. Da gibt's keinen weiteren Ort. Und ich denke mal, sehen wir uns dann beim Linken mal wieder. Hallo mein lieblicher und tödlicher Freund. Suche den Standort des Medkits auf deiner Karte. Hilfe!